Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, wir sind hier in Berlin und bereiten uns gerade für unser Fotoshooting vor. Auf Wiedersehen. 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 So kalt ist unser Mann. Okay. Also, wir sind hier in Berlin. Fotoshooting mit Stefan Schiffer Handspring Wir befinden uns hier auf der Bosseumsinsel und gucken mal, welcher Spot zu uns passt und wo bei uns wo lucht keiner Mal gucken, dass wir hier nicht irgendwie aber wir haben ja noch Yacht dazu Stay tuned Mal gucken, dass wir die Fahne mit Anscheinung und dann passiert das Lass sie auch gleich an Lass sie auch gleich an Lass sie auch an Lass sie 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 Nach Bei ein Laus reconst Wir haben die Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von Funk Was ist die Kamera? Was ist die Kamera? Was ist die Kamera? Was ist die Kamera? Wie bist du denn? Ja jetzt gehen wir noch mal ein bisschen und machen Bilder. Soll ich die auch noch rausziehen? Ja alles raus! Was ist die Kamera? 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 Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Was ist die Kamera? Das bleibt jetzt noch in der Glocke. Das ist die Kamera. Location. Hallo, ich bin hier in Berlin mit dieser Gruppe, wir sind Cecil, wir haben eine sehr gute Fotoshoot, das war sehr gut, die Ratings ist gut, so check die Fotos auf dem Blog, die du bereits machst, so check die Fotos in ein paar Monate. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.